Einem erneuten Video auf meinem Kanal und heute ist es der erste Duo Cash Cup der neuen Season. Ich bin sehr gespannt, es sind ja super viele neue Items da, super wenig Rotation Items. Es gibt keine Jump Pads, keine Rift to Go's, es gibt nur die Grappler. Das heißt man muss taktisch vorgehen, wenn es darum geht zu rotieren. Und Benji ist Fortnite gequittet. Ich werde dazu noch ein Video hochladen morgen. Da werdet ihr sehen, was alles passiert ist und warum und was ich darüber denke und was auch meine Zukunft angeht in Fortnite und halt auch in anderen Games. Das werdet ihr dann auch dort erfahren und heute spielt Mr. Savage, der letzte im Bunde, der übrig geblieben ist, mit Entretter. Vadial hat sein Duomate auch gechanged und spielt jetzt mit Yannis. Reason spielt jetzt mit Noah. Das Ganze ist schon wieder ein Wirrwarr. Die ganzen Leute haben schon wieder neue Duos. Aber ich bin gespannt. Wir gucken wieder im Stream zu, als aber auch in Game. Ich würde sagen, ganz viel Spaß mit den Highlights und vergesst natürlich nicht. Creator Code auch mal einzutragen, denn das neue Naruto Bundle ist da. Spider-Man ist drin, Naruto Bundle ist drin, alle sind mit drin. Freue ich mich sehr, wenn ihr da rein supportet. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit den Highlights. Kuss. Also Real Talk Chat, man kann nicht so Mr. One-Take sein. Sag ich euch ehrlich. Das geht gar nicht. Du kannst nicht so Mr. One-Take sein. Digga, Entretter kommt glaube ich nicht auf den Pace von Mr. Savage klar. Er sagt so, I'm going in backwards und Mr. Savage holt sich direkt die beiden Kills. Elf Kills haben sie schon. Einen Punkt, by the way, gibt es Chat, pro Kill. Und 25 pro Win. Noah und Reason bestes Duo. Ey, ich bin sehr gespannt, wie gut die sein werden. Real Talk. Bin sehr, sehr, sehr gespannt darüber. Potisan, danke für den 15. auch. Ich habe heute richtig Bock zu streamen, Chat. Ich habe heute richtig Bock zu streamen. By the way. Er ist halt auch erst 15 Uhr, ne? Moin, Fluffy. Was geht, wo? 30. Ich bin in Halt. Er ist wild. Frack, wo ist das? Nice. Ich bin da drin. Ich schieße ihn. Mein Vater, oder? Ja, er ist auf der Rad. Meint ihr, Chat? Ich bin, ja. Meint ihr, dass Mr. Savage extremst traurig ist? Über Benji? Er hat nicht geholfen, er hat nicht geholfen. Ja. Ich schieße ihn. Ich weiß nicht, Digga. Die haben jetzt halt drei Jahre einen krassen Run-Guard, ne? Er ist der Beste, Digga. Guck mal, wie viele Splashies er hat. Einfach zwölf Splashies. Und er benutzt die neue AR-Chat. Gibt es einen Grund, warum er die neue AR benutzt? Wisst ihr das? Ja, in den B house. Full of peace, full of cheese. Full of peace, full of cheese, full of peace, full of cheese! Ich werde den fassen. Weiter geht content. I Carlo, Bog an Tei, dass 저ier ist. Ich bek Casa. Rettung in den Barsch und Schöne Wir werden die Schöne nicht später Wir können die Schöne auf Biest Die kamen schon früher Bei Dieter läufts auch gerade sehr gut Nice Ich habe ein paar Streams schon offen Wir können ja gleich nochmal zusammen drüber schauen Er sieht voll traurig aus Ich finde auch, dass er voll traurig aussieht Oder er hat halt geschlafen den ganzen Tag 16 Kills Das Ding ist halt, wenn du ein Pro bist Wenn du ein Pro bist Dann brauchst du halt auf jeden Fall am Anfang Eine sehr schöne Heikelbomb Ja Digga Zeig's mir doch Mr. Savage Zeig's Ich hörte den Mann Grappl Ich weiß nicht, ob er es stimmt Ich glaube Er konnte das Safe wegen Benji nicht pennen Weiß ich nicht Ich glaube, er wusste es schon vorher mit Benji Ich glaube nicht, dass Benji das einfach von einem auf den anderen Tag entschieden hat Und dann einen Tweet gemacht hat Swagner, danke für den achten Bro Dr. Lauch, Easy, Potisan und Notox Danke für die ganzen Subs Du hast den Arm revoluted Es ist ein wenig Glück Ja, es tut ihm Ja, es tut ihm Hä? Was macht denn die Banane da? Äh, ich weiß nicht, ich bin Travis Travis? Hä? Wir wussten alle vorher, das war doch klar? Nein, das war nicht klar Digga, dass Benji quittet, warum? Aus welchem Grund? Wenn es nicht möglich wäre Ich hörte ihn nicht, ich hörte ihn nicht, ich hörte ihn nicht Auf den Lagen Ich glaube Das Team geht Ich habe mit dir gespielt Endretta und Savage könnte aber auch ein krasses Zudor sein Das Ding ist halt, Endretta hat manchmal Momente, Chat Wo man sich denkt, hä, warum hat er das jetzt gerade gemacht? Das ist halt das Ding bei Endretta, Chat Das ist halt das Ding bei Endretta Er hat 70% der Zeit nur noch Velo gestreamt Ja, Bro, seit einem Monat oder so Also, weiß ich, Ben, das ist ja nicht so lange Aber ich würde es feiern, wenn er Velo Pro werden würde Dann würden wir ihn zumindest nicht verlieren Er ist ja auch nicht G-Mac gegangen, dann war klar Ja Ja, stimmt reuniert 40 30 Da habt ihr recht Da habt ihr recht Weil das Ding ist Das Ding ist halt so Ich hätte ihn schon gerne noch auf der r masse spielten Ja, halt nur 10 Ab stehe dich Be Ich hab das erstes gemacht. Nee, der ist soft. Der versteckt sich. Oh ja. Chaos-Mod, danke für den 11. Und Sülze, danke für den 21. Sogar seine Mom war da, ja, stimmt. Dann wird halt seine Mutter erst auf der Pro. Nein, nein, nein. Digga, seine Mutter ist echt schlecht in Fortnite. Ja, das wäre geil gewesen. Hätte er angekündigt so, okay, Leute, Dreamhack ist mein letztes Turnier, was ich hier in Fortnite spiele. Das wäre schon noch geiler gewesen, glaube ich. Dann hätten das, also, das waren die Leute, ja, das hätten, glaube ich, die Leute viel mehr gefeiert. So einen richtig schönen Abschluss zu haben, weißt du? Bist du erkältet ja so ein bisschen. Aber ich bin auch erst gerade aufgestanden, real talk. Ich habe ja den ganzen Abend gestreamt. Digga, bis wann haben wir eigentlich gestreamt, Chat? Bis 5 oder 6 Uhr morgens? Ich glaube, 6 Uhr morgens, ne? Ja. Und dann brauche ich immer noch so lange, bis ich einschlafe, ne? Ist immer so dumm. Just use one, grab her off the, off the stream from us. I wanna go to the world's, uh... I wanna go to the world's, uh... I wanna go to the world's, uh... I wanna go to the world's. Die haben Highground. Die haben Highground und 22 Kills. Highground, 22 Kills und full Mets. Savage ist so gut. Ey, ihr müsst euch das halt so vorstellen. Digga, das sieht so aus, als Mr. Savage alle Kills alleine geholt. Oder nicht? Die müssen einfach reinrotieren in die Zone. Wer ist leider meiner Meinung nach Top 3 EU-Player? Gute Frage. Wüsste ich jetzt so nicht. Sind die beiden nicht Norweger? Ja. Das Ding ist halt, die sind beide Norweger, Chat.